Ja, hallo erst mal und herzlich willkommen zu Kekser spielt in seiner Monsterfalle. Dem Desplay vom Niederrhein wollte ich eigentlich sagen, aber der Offline-Kekser war da. Und der Offline-Kekser hat genau an dieser Stelle hier Feierabend gemacht. Und es bleibt mir anderes übrig, als genau hier weiterzumachen. Ich nehm euch einfach ganz kurz mit. Ziel war, ein paar Level wiederzubekommen. Okay, wir sind bei 19, ist jetzt nicht so weit. Aber okay, wir können ja mal schauen. Äh, nee, 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 warte mal, warte mal, da schaut ja jemand anders. Bevor wir uns jetzt hier hauen lassen, hauen wir mal ganz kurz an. Ja, das ist hier Monsterfall mit eigenem Risiko, äh, mit Restrisiko. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Ja, die können sich ja wehren, ne? Also, ich mein, das soll ja ein bisschen human sein. Also, ich mein, insofern bei meinem Monsterfalle von human reden kann. Nö, 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 komm, 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 komm. Nicht hin hier, ja, 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 ihr kriegt jetzt eben ganz kurz. Gebt doch mal ein paar X-P-S-Punkte. Ja, oh, 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 oh. Wegen Überfüllung geschlossen hier gerade. Ich glaub, ich geh noch nicht kurz hier hin. Guck mal, Kikaboo. Hm. So, so, so. Ist das stressig, oder was? Oh, ha, 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 ha. Was ist das? Das tut doch weh. Oh, ganz kurz, ganz kurz. Ich bin vielleicht das ein oder andere Mal getroffen worden. Hallo? Hallo? So, der Bauch ist schon wieder voll. Ja, kein Wunder. Ist aber ein kleiner Bauch, oder? Okay, okay, pass auf. Jetzt hier, 20 Level. Ups, ups, ups. Ja, komm, komm, komm. Und das noch, und das noch. Und... Okay, jetzt haben wir langsam hier wieder Ruhe einkehren lassen. Nee, da ist er. Da ist noch einer. Guck mal. Auf der Seite war auch einer. Da, ach, das ist derselbe Gefühl. Ja, aber der da noch nicht. Hm. Ja, ich sollte nicht so weit reinlaufen, glaub ich, oder? Das ist hier nicht gesund. Das ist nicht gesund. Und... Es wird noch mal was, hä? Äh, immer so viel Stress am Anfang. Mensch! T-t-t-t-t. Ganz entspannt 199 Folge absolviert. Und was ist? In der 92. Folge machst du hier Stress, oder was? Ja, nein, gibt's doch gar nicht. Ja, was wollen wir eigentlich machen hier in der 92. Folge? Äh, zeigen, was Auslandkicksack gebaut hat. Was hat der denn gebaut? Das, äh, kann ich doch hier so nicht verraten. Das müsste doch gleich erst so gucken. Äh, jetzt, jetzt, erstmal, hier, kurz mal schnabulieren. Und dann, ich hab einen Knochen direkt eingesammelt. Eigentlich sollen die Knochen über die... Ja, hierhin. Okay, komm, da rein. Müssen wir irgendwas mitnehmen? Mhm. Pfeiler haben wir. Stack habe ich eingesteckt. Okay, äh, ich mach ruhig auf den Weg. Komm, lass uns mal nach oben gehen. Hallo? Werder Musik? Musik? Warte, ich glaub, da kommt. Ja, manchmal muss man Geduld haben. Ich weiß, äh, das... Hey! Das heißt ja nicht, dass ich jetzt Geduld habe, oder? Nein! Habt ihr Geduld? Ich hoffe, ich hoffe. Ja, 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 das Problem ist halt, wenn die ersten drei Minuten um sind, sind die meisten schon wieder weg. Oh, oh. Wir hatten hier das Licht ausgeschaltet. Was soll denn der Mist? Gestern war doch noch... Hä? Naja, das war gestern. Okay, ähm. Ich hab doch was gegessen noch. So, jetzt wieder was, oder? Hm, okay. Ähm. Ich wollte die XPs haben, damit ich das Schwert wieder ein bisschen aufpolieren kann. Ich, äh, befürchte nur... Äh, nicht dahin gucken. Nicht dahin gucken. Nein, 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 nein. Nicht dahin gucken. Das ist noch nicht... Das ist noch nicht zu zeigen. Schon wieder ein Skelett? Ich war doch gerade jetzt bei den Skeletten. Okay. Den umgehen wir jetzt einfach ganz kurz. Äh, das hab ich mir so gedacht, ja. Hat er sich aber anders am gedacht. Hast du mir anders gedacht? Okay, komm her, komm her, krass. Immer die Leute, die hier Stress machen. Das am frühen Abend. Das ist hier mitten in der Nacht. Okay, pass auf. Äh, dann hauen wir uns ganz kurz hin. Sollen wir uns vorher was essen oder lieber erst morgen früh? Nee, nicht mit vollem Bauch ins Bett, oder? Nein, das macht... Oh! Was ist das denn? Das ist jetzt weg, oder? Das ist jetzt... Ähm. Oh. 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 Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Dann sind wir eben ein bisschen weg. Äh, okay. Das gucken wir uns nicht länger an. Das geht von selber weg. Das kommt von selber. Das geht von selber. Bisschen Creme drauf und so. Und dann, äh, ja. Tut auch gar nicht weh. Mhm. Mhm, 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 mhm. Okay. Ähm. So. Und was wollen wir denn machen? Wir wollen unser Schwimmbad ansehen. Wir haben so lange an dem Schwimmbad gearbeitet. Ähm, können wir eben ein paar fällen. So. Der eine Pfeil geht da hin. Ich hab'n Steck dabei. Ist gut. Ähm, warte mal eben. Ich wollte... Ich wollte das Schwert reparieren. Äh, das wollte ich. Effektiv. Uh. Ich könnte mir, glaub ich, einfach ein neues Schwert machen. Ist glaub'n günstiger. Warte mal, ist da was? Schärfe 1. Hm. Schärfe 1 gut? Ich glaub' nicht so wirklich, oder? Da gibt's Besseres. Lass mal gucken. Okay, für 2. Für 3? Warte mal, 3 Diamanten. Das ist ja mehr als Neues. Ähm. 4 Erfahrungsbote. Warte mal eben. Ich glaube... Wir machen mal folgendes. Wir gucken mal, was wir denn in unserem... Zauberhaus... Zauberhaus nennt man das Zauberhaus? Wir brauchen noch einen Namen für das Haus. Äh, schreibt doch mal in den Kommentar. Was... Wie könnte man diese Bude hier nennen? Also, Zauberhütte. Äh, äh... Hagrid's Hütte? Nein, das ist wieder was anderes. Ähm... Lass uns noch mal eben schauen. Wir haben hier, glaube ich, noch leere Bücher drin, oder? Und wir haben hier noch Flamme. Äh, das ist das... Im Feuerspiel wollen wir mal nicht. Stärk ist... Auch nicht schlecht. Atmung? Auf dem Schwert? Äh, nicht so gut. Schutz und Effizienz? Auch nicht so gut. Ähm... Lass uns noch mal eben schauen, was wir denn noch so rausholen könnten. Haben wir hier auch noch was? Das ist doch nicht leer. Ist aber sowas von leer. Äh, okay. Pass mal auf. Wir nehmen einfach ein Buch. Wir nehmen... Ein Buch. Nö? Konzentriere dich auf das... So, 26 geht natürlich nicht, wenn du nur 20 jetzt. EFI 3. Mh... Mit zu einer Spitzhacke, EFI 3 und dann in den Meter, ne? Ja, ist klar, da würdest du nur in Lava fallen. Das will doch keiner sehen. Äh, okay. Schnellladen. Auf dem Schwert vielleicht auch nicht die beste Lösung. Aber auf dem Bogen wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Oder geht das nur auf einer Armbrust? Mh, weiß ich noch nicht. Ähm, Stärke 1. Schärfe 1. Stärke? Schärfe? Das heißt, könnte man das kombinieren? Probieren wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Investition war. Wahrscheinlich eher nicht. Äh, aber ist egal. So, wir probieren das jetzt aus. Dafür gehe ich hier zum Armbrust, ne? Ja, das sollte ich jetzt eben tun. Wenn ich denn hier durch passe... Oh, einziehen! Na, klappt, klappt, klappt! Okay, das hat funktioniert. So, so, so. Und dahin zieht man schon wieder, was zwar sieht... Nein, nein, guck da halt auch nicht so hin. Ja, dann gehen wir gleich in Ruhe hin. Wir haben Zeit! Weiß nicht. Wir haben wirklich Zeit. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Kekse, du bist so doof dafür. Das könnte allerdings ein Grund sein. Das wäre jetzt nicht der netteste Grund, aber... Warte mal. Schmierofen. Fraucherofen. Komm, mein Schmierofen. Aus. Ja, hier geht das... Das geht nur mit diesem... So was haben. Weil das mit dem Bug sieht schon sehr ähnlich aus. Aber komm, sei ehrlich. Also man könnte es... Im Leichten vorbeischauen, verwechseln, oder? Äh, nein, okay. Ich denke, Stärke geht tatsächlich nicht auf Shared. Stärke geht wahrscheinlich nicht mal andersrum. Oh, steht das nicht dabei? Steht das dabei? Nein, steht nicht dabei. Okay, komm. Wir reparieren jetzt für zwei... Ja, komm, dann sind wir ja bei über 1200 wieder. Dann fällt es uns zumindest nicht sofort irgendwann auseinander. Das will ja keiner. Das packen wir wieder da hin. Gut aufpassen. 27 Diamanten. Das Buch. Jetzt mal eben ganz ernsthaft hochkommen. Kannst du eine Stärke draufpacken? Kann man das nur mal jetzt zum Testen? Kann man das hier draufpacken? Okay, ich glaube, ich brauche Nachhilfe. Hanabi, ich brauche deine Hilfe. Schrei es so wieder in den Kommentaren. Äh, ich verlasse dich da nicht drauf, Kegsat. Das kann nicht sein. Du kannst doch nicht immer Hilfe von außen verlangen. Du musst auch selber was können. Ja, das stimmt allerdings. Ein bisschen Nachhilfe brauche ich noch. Okay. Ich packe das Buch einfach so lange weg. Und dann, ähm, wollte ich mich ohnehin in der 200. Folge bei einigen bedanken. Einfach die Leute, die immer wieder vorbeikommen. Die sich regelmäßig in den Kommentaren einbringen. Die mir einfach mal sagen, Kegsat, du kannst ja gar nix. Ja, da wären zum Beispiel, wie gesagt, der Hanabi. Die hat inzwischen, glaube ich, jede Folge gesehen und jede Folge auch kommentiert. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Ähm, du bringst mich definitiv immer weiter. Und, äh, ich freue mich, dass du nach wie vor dabei bist. Und, äh, ich habe auch gesehen, dass du hier auch schon ganz tolle Ideen hattest. Ähm, guck mal, ich habe mir Mühe gemacht. Als Offline-Kekse habe dieses Schwimmbad zu Ende gebaut. Und was ist? Ich habe die Toiletten vergessen. Ja, okay. Ähm, das heißt, der Offline-Kekse wird irgendwann noch mal tätig werden. Und, äh, aber ich finde, ist hier nicht was geworden, ne? So, wenn wir jetzt schon mal bedanken sind. Und also auch ein herzliches Dankeschön an Kito, an Ingwie und dann auch an Bogenkrieger, die alle regelmäßig dabei sind und mir, öps, öh, hier läuft noch was auch, ja. Ähm, einfach in den Kommentaren schreiben, was sie für gute Ideen haben. Ähm, manche setzen sich davon um. Wie wir sind hier, wir haben jetzt inzwischen hier alles Fichte. Fichte, nicht Kiefer. Ich will immer Kiefer sagen. Ist Fichte, ne? Ja, äh, weil Fichte ist Dichter. Nee. Irgendwie so ewig war das. Okay, das war der Herrenbereich. Ja, ich glaube, ich habe das Herren- und drüber geschrieben, oder? Ja, habe ich. Guck mal hier, die Herren-Umkleide und Dusche. So, und dann kommen wir doch zu den Damen. Ja, es gibt noch einige Damen, die hier regelmäßig reinschauen. Die schreiben zwar nicht regelmäßig in den Kommentaren, aber sind trotzdem da. Ja, und die sorgen für Watchtime, genau. Ein herzliches Dankeschön an Milena, an Femke, an Esther, an Helen und auch an Juliane, die regelmäßig hier zuschauen und einfach immer dabei sind. Ich freue mich, dass ihr das regelmäßig schaut. Ähm, zeige ich mir zumindest, dass ich hier irgendwas richtig mache. Man weiß zwar noch nicht so genau, was? Ja, ja, das sind die Leute, die gucken hier so lange zu, in der Hoffnung, dass irgendwann mal was passiert, was richtig Spannendes. Mhm. Okay, ähm, äh, das jetzt ist nicht so spannend. Aber guck, guck mal, ich finde, ähm, bis hin, Design ist hier gekommen, oder? Also, Design und nicht sein. Das haben wir auch mal in der Folge gehabt. Ähm, man kann jetzt sogar vernünftig rumlaufen. Man kann sogar von oben drauf springen, glaube ich. Äh, warte auf. Ist zwar eigentlich nicht so gedacht, aber man könnte es. Pust du, hier war die Ecke, ne? Da war die Ecke. Und dann kann man da reinschauen. Ähm, ja, ich mein, falls der Dachdecker... Oh. Oh. Ähm, ich sehe gerade... Ich hab gar nichts Ende gebaut. Kick, ja, was hast du getan? Ähm, ich brauche hier noch ein paar Schokotafeln. Äh, die müssten hier oben drauf. Ich glaub, das kommt, das machen wir hier direkt. Ähm, ja, ja, nicht immer auf die lange Bank schieben. Komm, direkt erledigen. So, mhm, das, ähm, das muss passieren. Man kann ja nicht einfach... In der 200. Folge und total unvollständig. Ja, ich mein, das ist hier ein Netzplay. Das ist hier noch nicht abgeschlossen, oder? Da sollen ja noch ein paar Folgen kommen. So, ein, zwei, drei, hundert. Äh, man weiß es nicht. Äh, ist auch egal. Es gibt hier kein Ziel, wie viel Folgen es mal irgendwann geben wird. Guck mal, da sind noch 20... Ist das richtig? Schwarz-Eiche? Äh, das muss ich mir jetzt einmal eben angucken. Ja, doch, Schwarz-Eiche. Schwarz-Eiche ist total schokoladig. Okay, die nehmen wir mit. Ähm, 21. Jetzt hab ich nicht gezielt. Ja, das kommt davon. Wenn du die ganze Zeit nur rumquatscht, dann konzentriert dich auch mal auf die Sachen. Ich könnte ja hier vorne einfach ein paar abschrauben. Äh, nein, das geht auch nicht. Die soll doch da sein. Das ist Deko. Mhm. So, Schokolade zur Dekoration. Äh, ja, es gibt Leute, die können das. So, ab und wo Leute, die das können. Es gibt auch ganz viele Leute, die können einen eigenen... Du kannst ja wieder gar nichts hier. Äh, die können einen eigenen Minecraft-Server sogar betreiben. Im Gegensatz zu dir, du noch nicht mal hüpfen kannst. Also jetzt mal ernsthaft hier. Komm, mit Anlauf. Und, äh, juhu. Okay, das haben wir hier wenigstens geschafft. Das war ja auch eine Herausforderung, oder? Ja, okay. Und, was ist passiert? Ups, so nicht. Einige davon haben mich sogar inzwischen angeschrieben. Ob ich mir vorstellen könnte, auf ihrem Server zu spielen. Ja, das ist eine Ehre. Das ist nett von euch. Aber Haken ist, ich komme ja gar nicht dazu, meine Let's Place regelmäßig zu machen hier. Also, äh, jetzt stell dir mal vor, ihr könntet mit mir zusammen so eine Welt bauen. Klingt irgendwie lustig, oder? Wäre doch super. Haken ist nur, ihr baut die ganze Woche, und ich komme dann samstags dazu und erkenne die Welt nicht mehr wieder. Äh, ja, also. Deshalb, ähm, ich glaube, ja, ich spiele auch ganz gerne mal auf dem Server. Bei anderen Leuten. Guckt da mal rein. Also, wenn ihr auf der Suche gerade aktuell zu einem neuen Server seid, was ist hier neu? Sag mal, willst du mir sagen, dass hier eine neue Nacht beginnt, oder was? Oh Mann, ich bin doch noch nicht fertig. Okay. Ähm, ich überlege mir. Ja, also, wir waren mal der Server stehengegeben. Ich glaube, ich gehe jetzt langsam mal eben kurz um Witz. Ich will hier nicht draußen rumstehen, wenn es dunkel wird. Nein, das will ich nicht. Das mag ich nicht. Da kommt immer so komische Viecher vorbei. Okay. Apropos vorbeikommen. Also, wenn ihr Lust habt, mal auf einem anderen Server zu spielen, ähm, wie wäre es denn zum Beispiel mit Hypernox World? Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ich war selber da, habt mir das ein bisschen angeguckt. Ist auf jeden Fall volle Hütte da. Also, wir haben einiges an Welten und, ähm, wenn ihr keinen Spaß daran habt, alleine durch die Gegenwelt zu laufen, dort ist einiges los. Aber auch gamesmc.de, kleiner Werbeblock hier, äh, ja, auch da könnt ihr mal vorbeischauen. Die sind noch relativ neu am Start. Ähm, sind aber einiges mit auch Mods unterwegs, wovon ich keine Ahnung habe. Äh, vielleicht bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner. Vielleicht solltet ihr da einfach schauen. Guckt euch das an. Ähm, ich selber bin ja eher ein Freund von so kleinen Underdogs, ne? Was da wohl nicht ganz so viel los ist, wo ich, äh, viel selber machen muss. hab jetzt mal bei Lost Island reingeschaut von Miss Laia, Miss Leila, Entschuldigung. Äh, da, da ist auch ganz, ganz neu. Ähm, einige Wochen erst am Start. Ähm, da wird auch über Tütsch einiges übertragen. So alle zwei Wochen wird mal ein Serverrundgang gemacht. Was? Auf dem Rundgang? Ja, ich gehe es auch gleich mal rund. Äh, ich überlege mir, wo ich dann in der 200 und ersten Folge hingehe. Äh, die dauert aber noch. Ja. Und, ähm, wir waren aber noch in einem Server entsteht geblieben. Ich weiß, kennt ihr McBeagle oder McDev? Die beiden sind ausgewandert nach Spanien, haben auch einen eigenen Minecraft-Server. auch dort eine sehr interessante Community, die helfen sich sehr gegenseitig. Ähm, auch da bin ich mal kurz aktiv gewesen. Wie gesagt, ich bitte nicht derjenige, der so viele Stunden damit verbringen kann. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut doch da mal rein. Wollt ihr tatsächlich mal auf einem deutlich älteren Server noch mal euch, ähm, anschauen, was ich tatsächlich mal in der Vergangenheit gebaut habe. Ähm, auf Asylum ist auch noch einiges bewegt. Da sind auch noch durchaus große Bauwerke von mir. Naja, große. Notre Dame ist es jetzt nicht gerade geworden. Aber trotzdem, es sind einige Sachen da. Ne? Okay. Ähm, ich sollte jetzt langsam aufhören. Ich bin hier mit dem Werbeblock, glaube ich, durch, oder? Ich wollte eigentlich noch Leuten Danke sagen. Leute, die mich inspiriert haben, die mich dazu animiert haben, das hier zu machen, weiterzumachen, mir Ideen liefern. Ne? Zum Beispiel die Plicker. Kennt ihr Plicker? Die hat auch ein, äh, sehr erfolgreiches Let's Play. Da schaue ich auch gerne mal rein. Guck mir mal die Sachen an, ähm, ähm, die Timelapse sind... Timelapse, das ist nicht so ganz meine Welt. Äh, ihr kennt das. Ich zocke hier einfach durch, äh, quatsche hier rein, äh, voll ohne Plan. Aber ansonsten, das, was sie baut, könnt ihr auch gerne mal rein schauen. Ähm, ansonsten, wenn ihr Let's Plays sehen wollt, richtig viel Herz für Deko-Sachen und geniale Ideen, kann ich euch immer noch die Folgen vom undichten Sieb anbieten. Also, äh, ganz ehrlich. Das Fliss... Äh, da, 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 da. Ich dachte gerade, da hinten wäre einer. Da kannst du doch weit gucken inzwischen. Guck doch mal. Äh, da wird einiger Schwimmungsgericht nehmen. So weit kann ich nicht gucken. Oh Gott, verfahren. Nimm das Fernglas weg. Okay. Ähm, aber ansonsten, es gibt auch welche, die haben mit Minecraft so gar nichts an der Mütze. An der Mütze. Wie redest du denn? Aber auch da könnt ihr ja mal gerne vorbeischauen. Wie Beispiel Nancy Vance, Jessica Noe Lee oder vielleicht doch mal das Let's Play von Yngwie. Ein Kandidat, der etwas entspannteren Art und Weise und trotzdem nicht weniger interessant. Äh, apropos weniger interessant. Interessant wird's, wo jetzt die nächste Folge hingeht. Ähm, das ist aber eine Frage, die beantworten wir erst am nächsten Donnerstag. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein und Schüppsmülps. Okay, so läuft ja diese Woche, diese Folge wieder gar nichts getan. Gar nichts. Doch, 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 komm mal. Wir haben das schon mal zu Ende gebaut. Da war noch ein offenes Zu-Do. Ähm, das Bauernhaus soll noch fertig gebaut werden, oder? Ja, vielleicht in der nächsten Folge. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay, bis dann. Bis dann.